Musik Es freut mich Sie mit dieser Videobotschaft im neuen Erfolgsportal von Österreich und Deutschland begrüßen zu dürfen. Sie haben sicher durch die ersten Klicks bereits erkannt, welches Ziel wir uns auf die Flagge gehievt haben. Wir wollen Sie beim Erfolgreichleben unterstützen. Machen wir doch gemeinsam einen kleinen Streifzug durch das Portal. Der erste Portalbereich ist der Erfolgreichleben-Report. Wie Sie gerade rundherum sehen, bin ich seit 14 Jahren Wirtschaftstrainer, habe viele Bücher geschrieben, darunter auch Bestseller, mache Seminare, Vorträge, Firmentrainings und im Zuge dieser Veranstaltungen sagen Teilnehmer seit zwei, drei Jahren mit steigender Tendenz immer Folgendes zu mir. Herr Bannesl, könnten Sie nicht ein Produkt entwickeln, welches uns Monat für Monat dabei unterstützt, dass wir Hürden bewältigen können, gemeinsam die Zukunft gestalten können, dass wir auch welche Herausforderungen besser in den Griff bekommen, einfach um besser leben zu können. In diesem Erfolgsportal gibt es dazu meine Antwort, der Erfolgreichleben-Report. Ich möchte Ihnen in drei großen Bereichen dabei unterstützen, Sie erfolgreicher zu machen. Das heißt also im Bereich Lebens- und Erfolgsplanung, im Bereich Kundengewinnung und Kundenbindung, im Bereich Unternehmensführung und Mitarbeiterführung. Was heißt das? Lebens- und Erfolgsplanung heißt Ziele gemeinsam setzen, Hürden gemeinsam bewältigen, Probleme erkennen, Chancen auswerten und vieles mehr. Kundengewinnung und Kundenbindung bedeutet ganz einfach Konzeptentwicklung, Verkaufsgesprächsentwicklung, wie wirkt sich meine Rhetorik im Verkaufsgespräch aus, wie wirkt sich meine Persönlichkeit im Verkaufsgespräch aus, wie leite ich die Abschlussphase gewinnbringend ein, wie gehe ich mit Beispielen optimal um und gewinne dadurch Kunden und vieles mehr. Im dritten Bereich Unternehmensführung und Mitarbeiterführung zeige ich Ihnen auf, wie kann man ein optimal gewinnbringendes Konzept entwickeln, wie verkauft man den Mitarbeitern die Strategie, wie holt man also die Mitarbeiter ins Boot, wie gelingt es einem zukunftsorientiert zu denken, zu planen und zu handeln und ganz wichtig bitte, wie kann man vermeidbare Demotivation wirklich vermeiden, also was ist zu tun, dass dauerhafte Motivation eigentlich entstehen kann. Sie haben unten viele, viele Links, bitte klicken Sie darauf, dort gibt es tiefgehende Informationen und natürlich will ich nicht, dass Sie die Katze im Sack kaufen, Ihr persönliches Gratisexemplar ist bereits für Sie reserviert, denn ich möchte, dass Sie meine Aussagen jetzt wirklich testen, probieren Sie es, Sie werden sehen, ich halte Wort, was ich gerade gesagt habe. Der zweite Portalbereich ist nicht minder uninteressant, es ist der Bereich Mehrwertfirmenpräsentation. Zum ersten Mal haben KMUs die Möglichkeit, ihre Firma mit ihrem besonderen Mehrwert den potenziellen Interessenten zu präsentieren, in einer Gemeinschaft, wo alle das gleiche tun und damit haben sie ein exklusives, mehrwertorientiert, förderndes Umfeld. Was heißt das? Ich bin überzeugt, Sie haben das satt, was Teilnehmer seit Jahren zu mir sagen. Preisschlachten, Preisschlachten, Preisschlachten. Man kann es gar nicht oft genug sagen, Unternehmer machen sich gegenseitig fertig. Die Konkurrenz schlägt mit der Preiskolle zu, was machen viele als Antwort? Sie schlagen genauso zurück. Das Endergebnis kennen wir. Kaum Erträge, nichts bleibt mehr über, Firmen stehen am Abgrund, Manager jammern, KMU-Entscheidungsträger jammern, Mitarbeiter jammern. Klar, es muss alles überbleiben, weil sonst ist alles in Gefahr. Vom Lohn bis zur ertragreichen Fortsetzung der Firma. Also, mein Angebot an Sie, präsentieren Sie Ihre Firma mit einem besonderen Mehrwert in unserem neuen Portal. Es ist wirklich eine neue Art der Firmenpräsentation. Bereits erste Betriebe haben Ja gesagt, darunter auch viele Leitsbetriebe und sehr renommierte KMUs. Und ich muss sagen, die Manager, die Führungskräfte dieser Betriebe, auch die Inhaber, schwitzen ganz schön. Denn es ist nicht einfach so, hier das Produkt, da das Preis schüttet, das kennen Sie ja. Sondern Sie müssen Ihre Firma in einer ganz anderen, neuen Form präsentieren. Mehr über diesen sehr umfangreichen Portalbereich finden Sie wieder unten in den weiterführenden Links. Darunter gibt es wieder eine eigene Videobotschaft. Und ich garantiere Ihnen, es wird Spaß machen, endlich einmal die Firma wieder so der Zielgruppe zu präsentieren, wie es Sie sich verdient haben mit dem besonderen Mehrwert. Was gibt es noch auf dem Portal? Zum Beispiel, wir haben einen Portalbereich Umfrage. Einmal im Monat machen wir die Umfrage zu wirklich wichtigen Themen, privaten Berufli. Und Sie profitieren von Ihrer Teilnahme. Bitte machen Sie wirklich mit, denn durch Ihre Meinung bekommen Sie wieder zurück eine tolle Teammeinung, eine Portalgemeinschaftsmeinung. Davon werden Sie im höchsten Maße profitieren. Deshalb meine Bitte, klicken Sie gleich einmal auf den Portalbereich, machen Sie bei der ersten Umfrage mit, denn nur in der Gemeinschaft kann man miteinander punkten, zukunftmäßig alles optimal gestalten und somit sind wir alle im Gewinnerpot. Versuchen Sie es nicht alleine, nutzen Sie doch die Kraft der Gemeinschaft. Einmal pro Monat werde ich alle einzelnen Aussagen sammeln, auswerten und Ihnen die Ergebnisse präsentieren, angereichert ergänzt mit tollen Schmankerl von mir. Dann gibt es zum Beispiel im Portalbereich die 10 besten Webseiten des Monats. Extra für Österreich natürlich und für Deutschland. Was erwartet Sie dort? Ich möchte Ihnen mit einem Spitzenteam aufzeigen, wo lohnt es sich vorbei zu sehen, was macht wirklich Spaß, was unterstützt das Leben. Immer das gleiche Ziel, wie können wir Sie beim erfolgreichsten Leben unterstützen. Wir wissen heute, das Internet ist eine heiße Informationsquelle, kann viel Neues bringen, kann Tiefgang erzeugen, kann Hintergrundinformationen sichtbar machen und vieles mehr. Wo Sie sie finden, wo es sich lohnt nachzusehen, das zeigen wir Ihnen in diesem Portalbereich. Dann gibt es einen besonderen Portalbereich, das Mehrwertangebot des Monats. Nutzen Sie es. Ich möchte Ihnen einmal im Moment ein besonderes Angebot vorstellen, wo es sich wirklich lohnt, es auszutesten. Das heißt, wir werden bei den meisten Angeboten versuchen, auch einen Testbereich zu bekommen. Auch hier gilt, Sie sollen nicht die Katze im Sack kaufen. Ich garantiere Ihnen aber, es lohnt sich wirklich, sich mit diesem Mehrwertangebot sich näher zu beschäftigen, denn Sie werden eines dadurch bekommen, Mehrwert in Ihrem Leben. Dann gibt es noch viele andere Bereiche, wie zum Beispiel die Coaching-Backstage-Blicke. Dort zeige ich Ihnen immer wieder in unregelmäßigen Abständen auf, was passiert gerade so bei Firmentraining, so ein bisschen Backstage-Blick, was passiert hinter den Kulissen von Firmen, wie fühlen sich Teams, was machen KMU-Entscheidungsträger, wo sind die großen Hürden, wo liegen die großen Herausforderungen und wo sind auch die Chancen vergrabelt, die einige Unternehmen finden. Hier werden Sie wieder viele interessante Informationen finden. Dieser Portal-Bereich ist auch dafür geeignet, Sie wachzurütteln, Sie zu animieren, mitzumachen, das heißt, Ihr Denken zu überdenken. Ich meine es wirklich, Ihr Denken zu überdenken, damit Sie auch in eine sichere Zukunft gehen. In der Vergangenheit können wir nichts gewinnen, wir müssen die Zukunft gemeinsam formen. Auch das wird in den Coaching-Backstage-Blicken immer wieder mit Sicherheit ein heißes Thema sein. Vieles mehr erwartet Sie auf diesem Portal, das gar nicht Ihnen. Aber ich würde sagen, machen Sie sich selbst einmal einen Überblick, surfen Sie durch das Portal. Bei der Einstiegsseite unter Home, wie gewohnt, bei allen natürlich Portalen und Webseiten, finden Sie alle Portal-Bereiche wunderbar einzeln in Parken aufgezeigt. Klicken Sie drauf, steigen Sie ein und genießen Sie ein wunderbares Leben. Wir werden Sie dabei unterstützen und viele Partner werden uns dabei unterstützen. Also wir haben auch viele Partner im Hintergrund, die uns helfen werden dabei. Sie werden ein tolles Profi-Netzwerk genießen und ich garantiere Ihnen, wir werden nicht ruhen, bis das Portal das ist, was es sein soll. Ein Portal, wo man regelmäßig einfach nachsehen muss, weil man mit dem Portal ein Stückchen besser erfolgreich leben kann. Was heißt das? Stärken Sie die Sonnenseiten in Ihrem Leben und dämmen Sie die Schattenseiten auf ein Maximum, Minimum ein. Sie haben richtig verstanden. Drücken Sie die Schattenseiten zusammen, soweit es nur geht. Und wir werden Sie dabei unterstützen. Deshalb noch einmal herzlich willkommen, Ihr Günter Basler im neuen Erfolgekleben Portal.